Hallo zu hier, ich bin ein Stahl, lass mich wieder rein, ich bin der Eike und die Challenge, die ist over, over schwer, also ja, ich weiß gar nicht, packe ich das, halte ich das durch und so, am liebsten würde ich jetzt ein bisschen Ball spielen, ja, aber die Challenge, die Mission, die muss erfüllt werden, damit ich auch dann ins Finale komme von der Sendung und dass ich dann ins Dschungelcamp 2016 reinkomme, aber ja, die ist schwer und die binne einen hier an und dann sollst du laufen und kannst nicht laufen, also das ist over, over, over schwer hier, also ich wünsche euch viel Spaß und ja, vielleicht komme ich ja ins Finale nahe, für Dschungelcamp 2016, also viel Spaß hierbei, ich bin ein Stahl, lass mich wieder nahe, ciao